Und herzlich willkommen zurück und wir müssen jetzt gegen diesen Mogel trotz Dingsbums kämpfen. Mist, außer Reichweite. Ja, okay, wir schaffen es. Vielleicht. Warum ist das so, Reichweite? Nein! Nein! Ja! Okay. Nein, Wilfried! Haltet durch, Gefreiter! Ich hole Hilfe! So dürft er nichts sagen! Kippt mir nicht aus den Latschen! Ja, es tut mir leid, Wulfbid. Nein! Nein! Neverwinter... Okay... Neverwinter... Ja! Und so beginnt das echte Spiel, glaube ich halt. Das war erst nur Einübung. Und jetzt beginnt eigentlich das echte Spiel. Na doch! Bitte! Tief im Norden des Unterreichs liegen die Flüster den Höhlen? Okay, klingt schräg. Ja! Es wird... Ja! Zwar hat Burg Never die diversen Katastrophen überstanden, doch wird es jetzt von den unterschlichsten Monstern auf der Suche nach Schätzungen und Geheimnissen belagert? Ja, würde ich gerne wissen. Ähm... Ähm... Spiel? Okay. Fahrstuhlmusik? Ja, okay. Es fehlt Musik! Es fehlt die Fahrstuhlmusik! Lift! Man sagt, Liftmusik! Naja... Ladest du bitte? Normale Inhalte können von einem Spieler und seinen Gefährten bewältigt werden. Für Gewölbe und Gefährte sind 5 Spieler erforderlich. Okay, cool! Achten Sie während des Kampfes auf leuchtende Bereiche am Boden. Rot bedeutet, dass ein Feind einen starken Angriff einsetzt. Cool! Das hätte ich aber nicht gewusst. Äh... Spiel, ich möchte bitte weiterspielen. Spiel! Hallo! Hallo, Spiel! Ich kann jetzt nicht, ähm... Okay, wir sehen uns gleich wieder. Und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Neverwinter! Ja, es muss erst ein bisschen laden. Wo muss ich denn hin? Hier rüber... Willkommen auf dem Marktplatz der 7 Sonnen! Der Bazaar ist auch auf ihrer Karte M eingezeichnet. Okay... Wo muss ich denn hin? Wo muss ich denn hin? Schauen wir mal her. Es muss noch ein bisschen laden. Hier ist aber... sehr bevölkert, wie ich sehe. Sehr bevölkert, wie ich sehe. Ich folge einfach der Spur hier. Und dann wird sich schon zeigen, wo ich hin muss. Ähm... Okay... Dann gehen wir mal hier rauf, weil die Spur hier rauf wird. Hinauffüllen. Gehen wir hinauf! Leute, das ist grad so episch! Halle der Gerechtigkeit! Östlicher Hof! Aha! Hallo, Feldwebelnox! Hallo? Die Protector's Enclave braucht eure Hilfe! Ja, ich weiß! Wilfred ist tot! Himmel und Hölle! Er war zu jung für so einen Tod! Ja! Ich möchte euch für eure Taten auf der Brücke danken! Vielleicht wäre sogar die Protector's Enclave gefallen, wenn der Vorbote die Mauer überwunden hätte! Bitte nehmt euch aus der Kiste hinter mir ein Zeichen meiner Anerkennung! Das kann ich doch nicht annehmen! Danke! Ich kann nur Danke sagen! Ach so! Jägerklinge! Natürlich annehmen! Und wir legen sie gleich an! Okay! Okay! Die Beststiefel! Ja, okay! Dann legen wir die auch an! Und... Wir sprechen dann wieder... mit Feldwebel... Nux! Rücke des schlafenden Drachens abgeschlossen! Wir haben heute viele gute Leute verloren! Und die Tatsache, dass der Vorbote so nah an der Mauer erschienen ist, stellt die Sicherheit der Enclave in Frage! Ja! Ja! Stellt sie... In Frage! Ja! 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 Es lackt ein bisschen. Okay, Weg. Wo muss ich denn hin? Da. Hier muss ich hin. Ja, Halle der Gerechtigkeit, östlicher Hof. Muss ich mit ihnen? Ja, hier bin ich richtig. Vom Tellerwäscher zum Millionär. Ich habe von den Ergebnissen bei der Brücke gehört. Und auch, dass ihr den Vorboten aufgehalten habt. Wir stehen alle in eurer Schuld. Nox hat mich gebeten, euch neue Kleidung zu geben. Ich habe leider nichts ausgefallenes, aber immerhin halten sie warm. Werft einmal einen Blick in die Truhe. Danke sehr. Ach so. Annehmen. Klicken Sie auf Mode, um Gegenstände anzulegen, wie das Aussehen verändern. Ähm. Ähm. Achtung! Ja, okay. Korks. Okay. 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 Ja okay, dann hätten wir, ähm, ja, ja, ja okay. Danke sehr, wo muss ich denn jetzt hin? Ähm, ja, die Folge ist leider zu Ende. Wir sehen uns in der nächsten und ich sage derweil, bye-bye. Tschüssi!